Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play Hand of Fate und wir stellen uns heute mal wieder dem Schuppenkönig. Wir schauen mal, ob wir ihn dieses Mal besiegen können. Uh, nice. Schlagender Ring. Wir besäßt die Wege. Wir kommen hier nur um ihre Gedanken mit nichts anderes, aber ihre Probleme mit irgendeinem Problem, als das Ding auf ihrer Gedanken heute. Wir versuchen natürlich, den Fluss zu durchqueren, um das Token zu erhalten. Und wir versuchen es hiermit. Nice, Erfolg. Schön. So gefällt mir das. Hilfe für den Händler. Willst du die gleichen Auswahl, wie du vorher gemacht hast? Little please me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. Ja nun, Rückgabe recht, ne? Oh nice. Hmm, Donnerschlag oder Schild des Kaisers? Skelettkönigs. Was macht das denn? Stehle die Wege des Todes. Hörtlich ein nobeler Prozess. Uh. Uh, fancy. Und was macht der Donnerschlag? Okay, never mind. Ich, äh, ja. Ja, ich nehme den Donnerschlag. Ha, 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 ha. Okay. Laufen wir mal weiter. Eine Ration verloren. Schade. Eine Schatztruhe. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, wir nähern uns natürlich der Schatztruhe. Und haben wieder nur eine 25%ige Chance, dass wir da gut bei wegkommen. Ziehen natürlich neu. Ich werde als nächstes die zweite von rechts wählen. Ne, natürlich ist sie dann ganz links. Ach, warum auch? Ah. Okay, bitte kein enormer Fehlschlag. Warum? Das können wir nochmal. Okay, bei meinem Glück. Ich nehme jetzt einfach nochmal die gleiche. Oh, ich habe Erfolg. Nice. Okay, wenigstens keine Flugkarte ziehen müssen. Wir versuchen sie natürlich aufzustimmen. 75%ige Chance, dass wir das auch schaffen. Okay, wir nehmen die Erfolgskarte selbstverständlich. Sehr nice. Ja, toll. Das, ich, ich bin ja... Ne. Fünf Gold. Ziele drei und... Glieder des Lebens. Was macht die denn? Eine Waffe von Präzision. Nichts wie du, wenn du mir nicht sagen möchtest. Hm. Und der riesige Hammer. Old Reliable rehrt seine wunderschöne Hände wieder. Hm. Ich glaube, ich nehme die Gier der Attentäter. Für jeden erfolgreichen Kampf ein bisschen Gold bekommen. Ich bin sicher, dass du dafür grüßt bist. Wie wirst du diese Zeit übernommen? Okay. Äh, ich nehme hier. Wunderbar. Hm. Fünf Rationen. Holla, die Waldfee. Ja, wir fahren natürlich mit. Okay, da vorne haben wir einen Priester. Bei dem können wir einkaufen. Das ist, wo es endet. Oder zumindest, das ist, wo die Schlussfolgerung beginnt. So viel, wie jeder Spiel kann wirklich enden. Dein finaler Challenge erwartet dich jetzt. Vier Staub, zwei Staub. Natürlich greifen wir die Piraten an. Das sind ja Pussys. Da habe ich mit dem Falschen angelegt. Das sind ja Pussys. Nice. Aber einen Gesundheitspunkt verloren. Ich glaube, das ist, äh, schon eine ziemlich gute Quote, wenn ich das mal so sagen möchte. Und wir haben fünf Gold dazu bekommen. Das finde ich auch gut. Nice. Mehr maximale Gesundheit. 40 Gold. Und eine Ration. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann würde ich mal sagen. Ja, heilige Spiele. Wir können leider nichts tun. Dafür bräuchten wir das seltene Erz. Zehn Gesundheit verloren. Hm. 75 Gold. Wir müssen natürlich versuchen, uns wieder Rationen anzukaufen. Na, komm. Flüche entfernen. Ja, das können wir uns leider nicht leisten. Hungrige Klingen. Hm. Hm. Okay, wir müssen natürlich Rationen kaufen. Okay, 32 Rationen. Da soll mal einer sagen, wir wären nicht gut vorbereitet auf unsere Reise. Schauen wir uns mal an, was wir unter der nächsten Karte finden. Den edlen Händler. Na toll. Äh, nein, danke. Äh, wir gehen natürlich dran vorbei. Und das Fährboot. Nehmen natürlich die Fähre zum nächsten Punkt. Da unten hätten wir einen rasenden Händler. Hm. Oh. As dusk settles. Kannst du mal eine Schnauze hören? As dusk settles, sie arrive at the small village known as Lassadimsgate. Locals are gathered at a shabby looking in. Something must be done, schouts the boys, raced in anger. Hm. Offer to help, of course. They went that way. Not an hour ago. You easily catch up with a band of roughage. They seem overly confident and I in no rush. Die werden wir sowas von vernichtend schlagen. Nice. Oh ja, ich glaube, das war eine ziemlich gute Entscheidung, diese Waffe zu nehmen. Das gab uns nochmal ein bisschen extra Gold. Du gehörst die verbrühten Suppe und zurückkehren sie zu den Wäldern, zu sagen, diese Banditzen werden dir nicht mehr verbrühten. Nice, und wir haben ein grünes Token bekommen. Sehr schön. Die einheimische Bäuerin. Ah, komm, wir geben dir mal zwei Rationen. Okay, wir werden natürlich nochmal zu gewundenen Schlucht laufen und die runterkraxeln. Wir haben ja schließlich einen Schutzengel bei uns. Und für eine bessere Waffe, wer weiß, wer weiß. Ich meine, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Waffe, die ich im Moment habe. Aber, ich meine, hey, es könnte noch eine bessere Waffe geben. Na, toll. Autsch. Autsch. Uh, Unheil der Untoten. So, so. Äh, nein, wir möchten sie nicht ausrüsten, also wir nehmen sie gerne mit ins Inventar. Und haben einen Leiterausweg nach unten. Zehn Maximalgesundheit verloren. Okay, der reisende Kesselflicker, äh, Kesselflicker. Das kann nur einen Weg enden, du weißt. Oh, nein, ich weiß, ich sollte es nicht. Alter, dieser Typ, ne, er riecht mich so mega aus. Auf, Moment. Ähm. Ne, wo ist er denn? Äh. 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 Ich dachte, man konnte irgendwo den, den Sprecher irgendwie... ...zurück... ...zurück... ...sitzen... ...steuerung? Äh. Hm. Ist auch egal. Okay. Der reisende Kesselflicker. Dem gehen wir natürlich ganz normal vorbei. Darlehen. Leider habe ich keine 20 Gold für dich, aber vielleicht gleich. Okay. ...dreisende Kesselflicker, die haben wir doch mit links kaputt. Lass sie kommen, meine Freunde. Was ist da los? Nice. Wenn das so hinterher auch läuft, dann bashen wir die alle um. Ist gar kein Problem für uns. Nice. Okay, großer Helm der Verstärkung. Was macht der? Hm. Ja. Würde ich mal sagen, setzen wir mal auf, ne? Zehn Rationen und nochmal 40 Gold. Nice. Ich bin sicher, dass du dafür dankbar bist. Na toll. Je deeper du gehst, desto schwieriger werden. Ich habe das ein bisschen zu stark gemacht. Ich werde das nächste Mal wieder balancen. Natürlich muss er das nochmal balancen im nächsten Mal. So, aber ich würde sagen, da wir in drei Runden E-Gold-Karten bekommen, können wir ja jetzt mal ein bisschen auf den Putz hauen und Rationen kaufen. Wunderbar. Äh, verlassen. Ja, ich möchte den Laden wirklich verlassen. Danke sehr. Schade, dass wir diese neue Karte nicht kennenlernen durften. Okay, wir betreten das Portal. Hm. Ich wähle mal den oberen Weg. Ich komme zu diesem. Ich bin zufrieden. Es hat zu viel geblieben. Aber Leben. Leben wird nicht die Karte geschnitten. Ich will wissen, was vor dieser Tür liegt. Und zwar, ich bin nicht zufrieden. Oh, nice. Äh, ja. Ich hätte gerne ein längeres Leben, was? Hm, 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 hm. Plus fünf maximale Gesundheit. Mehr Gesundheit zu arbeiten. Viel gutes Essen, oder? Die Liebenden. So, so. Wir bieten natürlich unsere Hilfe an. So, und der andere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nice. Wo, er läuft, würde ich sagen. Okay, irgendwas, was mich noch interessiert. Nein. Deswegen nehmen wir die Fähre und gehen in die nächste Ebene. Nice. Drei Rationen verloren. Oh, erst mal wieder 60 Gold, ne? Das läuft, würde ich sagen. Oh, ein normaler Laden. Oh mein Gott. Ich... Mein größter Krieger. Okay, wir verkaufen Gegenstände und zwar der Helm des... So. War egal. Wir haben ja hier den Dingens ausgewählt, ne? Den Donnerschlag, genau. Von daher, würde ich sagen, den Helm des Lehrlings verkaufen wir auch noch gleich mit. Zurück. Und kaufen uns Rationen dafür. Wow. Verlassen den Laden. Und... Ich hoffe dann einfach mal, dass wir den Schuppenkönig besiegen können. Lehrling 1. Im Krieg unerfahren suchst du nach einem Ort, wo du den Umgang mit einer Klinge erlernen kannst. Mhm. Gegenangriffe sind tödlich. Oh mein Gott. Das ist ja mega awesome. Das heißt... Immer wenn ich jetzt konter, tötet das den. Das ist ja mal mega lame. Wie OP ist die Karte denn bitte? Ich muss nichts tun. Aber wie geil ist das denn? Ich hab ein gutes Gefühl. Nice. Und... Die Halle des Totenkönigs. Huiuiuiuiuiuiui. Okay, die versuchen wir natürlich zu überrumpeln. Rumpeln. Schöne von diesen Optionen. 19. Okay, ich nehm wieder links außen. Oh Gott. Enorme viel Schlau. Natürlich, natürlich muss es einen enormer fehl. Ah, wir haben einen Ring verloren. Das ist ärgerlich. Aber es hätte schlimmer sein können. Wir hätten auch eine Waffe dastehen können. Haha! Ja! Oh, da. Und auch hier wieder ohne Verluste zu machen, das Ganze bestritten. Sehr nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Drei Gewinnkarten. Okay, was macht der Gildenmeisterring? Oh, nice. Und was macht der Höllentrank? Hm. Ich glaube, wir nehmen einfach die Feuerform. Ich bin sicher, dass du dafür bist. Ich bin sehr dankbar für das. Nice. Fünf maximale Gesundheit und der Schuppenkönig. Den schnappen wir uns, diesen Drecksack. Vier Schuppen noch zusätzlich dazu. Let's go. Okay. Na komm schon. Autsch. 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 Okay, kommt schon. Okay. Haha, okay, kommt schon. Okay, ausweichen. Okay. 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 Na komm. Was ist da los? Warum sind die alle... Nice! Nice! Der König ist tot! Oh mein Gott! Nice! Ich habe ihn besiegt! Sehr geil! Oh mein Gott! Haha, nimm das! Ich habe ihn mit meinem Korte. Das Spiel ist fertig. Nicht denken, dass das bedeutet, dass du außerhalb der Begründung bist. Du hast nicht gewonnen, dein Leben! Nein. Ein weiterer Trick bleibt. Hm. Der Dagger ist ein Symbol der Intellekt, die wir uns verletzieren. Der Dagger ist ein Symbol der Intellekt, die uns verbunden. Du wirst es von mir ausführen. Ich erhebe unseren Geld. Du gewinnen und gewinnen. Auch wenn ich jetzt gegen mich arbeite. Oh, nice! Der White Council Nummer 2 haben wir bekommen. Dann haben wir den Lehrling 2 bekommen. Blutsichel, Soldaten auf Urlaub. Ring des Friedens und Meisterring. Sehr nice! Nur ich bleibe. Es gibt nichts mehr als deine finalen Challenge. Ich habe ihn mit dem Weg gemacht. Ich bin mit dem Weg zum Beispiel. Ich bin mit dem Weg zum Beispiel.